Let's go! Double-ish Games! Badland Publishing! Supportet von der Europäischen Union. Dann wird genau 90% Union-O-U-U-U-U-I-K Oder wie man es spricht. Sprache können wir auswählen. Deutscher. Ich bin ja ein Deutscher. Okay, Sound. Die Musik können wir da ein bisschen leiser stellen. Ich denke, wir müssen ein bisschen lauter als der Ton sein. Die Grafik und die Qualität. Aha. Okay. Jetzt haben wir hier verlassen. Gut, wir starten ein neues Spiel. Du hast Musik falsch gelesen. Was soll denn diese Musik sein, von der du sprichst? Musik. Ja. Deutscher. Wir spielen das natürlich in deutscher Sprache. Deutsch Sprache, schwere Sprache. Let's go! Das war eine internationale Sprache. Deine Schmerzen sind in uns. Sie leben in uns, seit wir sind, und das ist, was wir sie nennen. Die Fantasien leben, wie sie sie bleiben für uns, und die werden wir real. Aber, haben Sie nie gefragt, was für die Schmerzen passiert? Was passiert, was für die Schmerzen passiert? Das ist gar nicht so, was zu sehen. Ich denke, das ist ähnlich. Ich dachte ich habe deutsche Sprache eingestellt, aber was soll das? Deutsche Untertitel. Deutscher. Ich habe nur Deutsch eingestellt. Okay, wir spielen hier einen kleinen Mugin, als Skelettmann. Aha, die Landschaft sieht auch sehr wundervoll aus. Ich kann mal die Tür öffnen. Du kannst hier umschauen. Prieto fühlte, dass der Rest der Menschen im Circus nicht wie ihm. Ein Circus ist in der Stadt. Ach, wir sind auch Teil des Circus, oder was? Kläunen sind gesagt, dass die Schmerzen hinter ihren Schmerzen schlagen. Die Kraft, um ein Schmerz, hat diesen einen Kläunen abgewandert. Die Gefühle, die sich als schrecklich verwendet wurden, haben ihn zu schmerzen. Im Endeffekt hat er ein kleine Puppet. Er spießt einen Traum, weil es doch nicht klar genug war. Prieto war nicht sicher und schade. Ich dachte, das wäre die Realität. Er sieht wiederum. Prieto kam zu erinnern, dass es etwas war, was er zu sagen wollte. Aber der Puppet würde ihn nicht lassen. Was, wenn er die Strecke kümmern würde? Er schnitt den Fäden, die den Clown gefangen halten. Er schnitt den Fäden, die den Clown gefangen halten. Und er war wie. Ich weiß nicht wie. Ich dachte, das wäre die Realität. Ich dachte, das wäre die Realität. Das sieht alles so realistisch aus. Ich dachte, das wäre real. Ich habe keine Schmerzen. Wenn ich da die Fäden verschneide. Bei der Clown kam, Prieto kam zu erinnern, dass es etwas war, was er zu sagen wollte. Aber der Puppet würde ihn nicht lassen. Was, wenn er die Strecke kümmern würde? Und das anhört mich ein bisschen an... ...Testner Spielen, ein bisschen Lame entfallen. Da spielst du auch so einen kleinen... ...auch so einen kleinen Zuckers Clown. Das liegt, der ein bisschen depressiv ist. Und uns dann... ...ein Genehmungsdurchpunkt... ...dienst der Deadneck Games. ...dienst der Games. Können wir auch mal spielen. Hab ich ja... ...hasnach... ...sit mir nicht... ...die... ...Dienst... ...Gebietheik... Das habe ich schon. Das besitz ich schon. Können wir mal spielen. Ok, kann ich noch mal rein in das Zelt? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen eine Schwierer finden. Ok. Ah, das ist eine Schwierer. Ok. Wollen wir die Schere irgendwie aufheben? Das wäre nicht schlecht. Wollen wir die Schere aufheben? Oh, das ist eine Schwierer. 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 Im Höchsten als es. Es wäre eine Schwierer. Das ist eine Schwierer. Das ist eine Schwierer. Das ist eine Schwierer. Was ist das? Das ist eine Schwierer. Das ist eine Schwierer. Ich war glaube ich das so. Mac steht zu 100% aus Fett und kostet nur 11,99€ Mac Mini, ja, gab es da nicht mal von dir ein Video, Modi, was du gemacht hast, dass das Müll hieß und wo das McDonalds Logo benutzt hast, gab es da nicht was, ich erinnere mich daran, dass du da mal was gemacht hättest, denke ja, gab es doch mal was von dir, Sponsoring Anfragen von McDonalds ganz gerne mal zu schwenken, ist doch auch so, dafür stehe ich mit meinem Namen, Sponsoring Anfragen von Nintendo, von McDonalds ganz gerne zu sparen, nicht ganz einfach zu Grand Mac, die spherikale Perfektion von Prieto empfiehlt ihn, nach ein paar Hesitungen, Grand Mac entscheidet, auf eine Verkaufung. Also, es scheint, dass du nicht so dumm bist, nach allem. Du kannst die Sponsoren haben, in exchange für die Ball, sagte er. Und wir haben die Schere. Okay, dann Schere, jetzt können wir die Clown befreien. Da drüben. Sehr schön. Das ist ein Tanzverbot, oder was? Ich dachte... Du bist echt der Tanzverbot. 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 Prito hat die Stringen, die den Clown kapitiert haben. Du versteckst dich. Hinter dem Roller-Inteilität. Und abhauen, tut er. Und abhauen. Und abhauen, tut er. Aber über die Zeit wurde ich infekte mit Läzigkeit und Nächte und bin bald in meiner eigenen Misere befestigt. Ich erinnert mich, was du getan hast. Ich schaue, es ist zu früh für mich. Aber du hast noch Zeit, um dieses Ort zu verlassen. Es ist gesagt, dass Beyond the Circus Walls, in dem großen Volkano, liegt der Welle der Wahrheit. Da kommen Träume durch. Seid mir, und ich zeige dir etwas. Alfred, der Clown. Ich kann jetzt... Wo Clown auf Grünsteig sitzen? Plan auf meiner Kanalseite. Weißt du wie das heißt? Genau. Jetzt musst du zum Vulkan und den Ring ins Feuer werfen. Ganz genau. So ist der Plan hier. So. Kommst du mit? Präto folgte den Clown nach dem Garten. Und einmal da sagte der Clown, ich habe dich nahezu, Nacht nach Nacht. Und ich glaube, dass du noch nicht gelernt hast, wie du deine Erinnerungen am Sonntag zu halten. Siehst du diese zirkulare Stein auf dem Boden? Es ist eine Erinnerungsteine. Es sind viele von ihnen, die durch die Orbe spüren. Oh, so. Ein Zeitreise Stein. 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 Aha, ein Zeitreise Stein. Sehr schön. Es wird morgen. Es wird die Tag. Ja, das geht. Oh, jetzt können wir das Brumfeld laufen. Juhu. Und das Brumfeld. Wir müssen irgendwas sammeln. Wir müssen irgendwelche Pflanzen sammeln. Wir müssen irgendwelche Pflanzen sammeln. Ach, hier diese blauen Dinger hier wahrscheinlich. Blaupunkte müssen wir sammeln. Wir machen ein Liebesfeld. Wir müssen mit blauen Pflanzenwölken. Ach, du Schander. Wir können hier schweben. Wir können fliegen über die Wolken. Naja. Über die Wolken ist nicht unbedingt. Wir können fliegen. Ich dachte, das ist der Realität. Kannst du aber nicht fliegen. Errscht nicht die Kraft zu fliegen. In Realität. Oh, jetzt wird's doch immer wieder dunkel. Jetzt wird's doch einmal wieder dunkel. Dann kommt der Zehnder. Und kriegen wir noch. Wir können hier noch springen. Wir können noch fliegen. Wir können noch fliegen. Elf. Aber auf dieser Stelle, unlike anderen Nights, seine Erinnerung hat ihn nicht verletzt. Sehr schön. Der Klauen stand neben der Erinnerung und, determined zu helfen Prieto, sagte, Ich sehe, dass du nicht in der Gisophila sind. Du hast recht viele Spores handpickiert. Hände in der Gisophilie aus? Es weiß nicht, was du nicht immer nach der Gisophilie auspickt? Das sind ausgesucht. Es sind die Gisophilie auspckt. Es gibt Hoffnung und Pokemon. Wenn du diese Harald pole Aussagen möchtest, wenn du diese Häuser in der Zwischenbüchschelm chingetst, wirst du nicht in der Zwischenbüchschelm Jeschbüchschelm stirbst. Und du verrätst in die Viermüchschelm. Und trotzdem muss die Gisophila nicht nur nach nach dem Zwischenbüchschelm, es möglich für die Dänzwerk zu finden. Komm� mit mir. Nein! Sie hat ein enthuseder Klauen auf dem Weg zu den Garten des Stonewoods. Oh, das Auge schließt sich. Das heißt, Sie werden müde. Sie werden schnell sehen, wie schnell die Blumen voll mit Hoffnung blühen. Ah, Pflanzen! Ach, ich habe die Blumen da drüben. Sie haben ja schon ein bisschen geblieben. Die Blumen voll mit Erinnerung, wie er vorhin war, sagte zu Prieto. Wenn Sie so wollen, die Blumen zu erfüllen, Sie sollten Sie lernen, wie die Blumen rechtlich administrieren. Ich habe spezifische Bereiche der Blumen, die für die Kultivation sind. Wenn Sie keine Blumen in diesen Bereichen haben, Sie sollten die Flanke besuchen. Sie werden sich rechtlich ein bisschen kontradiktieren. Aber die Wahrheit der Sache ist, dass sie viele Erinnerungen an den Blumen halten. Nicht weit, wo sie leben, liegt ein großer Stöhne. Es ist gesagt, dass sie ein Erinnerung halten. In das Haus der Flanke im Steinwald. Die Blumen hat den Stöhnen geführt. Die Blumen sind nicht allein gelegt. Die Blumen hat den Stöhnen geführt, um die Blumen zu planten. Okay, dann nehmen wir das Haus. Die Läucht ist fast blau. Fünfzehn dieser Punkte haben wir gelammelt. Es ist wahrscheinlich nicht wichtig, dass wir allein sammeln. Hierzu wertvoll sind wir nicht. Jetzt müssen wir einschlafen. Prieto wurde invisibel. Er brauchte Justophilus, um nicht komplett zu verschwinden. Aha. Was braucht er um dich? Kommt mit den Blumen oder was? Es wird schon ganz schwieriger oder was? Das ist ein Checkpoint. Aber wir sammeln noch die Blumen, ständig alle. Wir brauchen so blaue Pflanzen dort. Okay, wir kommen nicht hin. Das ist schlecht. Prieto hat viel zu viel Zeit mit unseren Gypsophilus gespürt und hat völlig verlor. Als er wuchs, seine Erinnerungen waren die Nacht vorher, die vorbeiget wurde. Sag mal, du... Hast du jemals in den Tutorials entwischen Sie ganz auf? Nicht wirklich. Wir müssen die blauen Dinger einsammeln da. Was ist die Aufgabe? Was? Was ist die Aufgabe? Ich lese die Dichsenkirchen mit. 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 Aber ich lese die Dichsenkirchen mit. Ich lese das aber in den Dichsenkirchen. Und wie es ist die Dichsenkirchen mit. Ich lese die Dichsenkirchen in den Glymerin-Spotten. Willkommen in der Kommunalität Glaubt man das? Willkommen... Willkommen, Hass Du kannst hier gerne mit chatten Du seist herzlich willkommen Beteilige mich gerne im Chat Ach, wir haben das Video runtergefallen Verbreite deinen Hass im Chat Aber nicht zu sehen Gritta begann zu fühlen etwas weich Es war klar, dass er in Need des magischen Gisopheles war, um zu bleiben Also, die Pflanzen machen uns... machen uns wieder wach Sehr schön Wir lassen uns weiter träumen Wach werden ist ja... sehr schnell die Todes So, die Pflanzen... Du musst die Pflanzen sammeln, um nichts zu sterben Achte auf das Auge, Symbol um rechts Eigentlich auch schon, habe ich das mitbekommen Die Pflanzen, Pflanzen Die Pflanzen geben dann... Vielleicht dann durchlaufen und die geben mir dann Energie zu machen Nein... Nicht genügend Pflanzen... Nicht genügend Pflanzen... Nicht genügend Energie zu machen... Schön, dass die Platten immer runtergehen... Ja... Die geben dann halt... Hier, da müssen wir einmal durchlaufen... Die Bäschen wieder... Das ist eine Koffeinpflanze... Macht mich wach... Wirklich schön wach... Wir müssen aufpassen... Acht Schreck... Das ist noch ein weichen Weg vor uns... Nein... Das ist mir untergefallen... Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht... Unsichtbar werde... Um hoch... Prieto braucht eine Gypsophila, damit sie nicht invisibel werden... Ich würde jetzt nicht sagen... Aber... Hat was... Hat was eigenes... Das ist... Komm mal... Ja... Ach... Verdammt... Wir sind ganz jetzt hier wieder... Jump and Run... Äh... Wir sind ganz jetzt hier wieder... Jump and Run... Äh... Ja... 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 Er fühlt sich... Ja... Die Woche wird ja jetzt spannend... Ich habe es schon gesagt... Ich habe schon gesagt... Wir haben einen Streamplan für die Woche... Ähm... Ähm... Morgen gibt es noch mal Batman... Morgen ist ja Steam... Steam Game Festival vorbei... Heute ist der letzte Tag vom Steam Game Festival... Das heißt... Morgen spielen wir noch mal Batman... Morgen am Mittwoch wird Batman gespielt... Batman Arkham Origins... Und... Am Donnerstag kommt schon... Nightmares 2 raus... Also... Übermorgen kommt... Nightmares 2 raus... Oh... Morgen muss ich gucken... Morgen wird das Ding vielleicht ein bisschen später... Weil ich habe... Um 17 Uhr einen Termin... Und dauert ein bisschen länger... Das heißt... Eventuell... Hm... Vielleicht fangen wir erst um 20 Uhr damit an... Morgen... Ich muss morgen zum Zahnarzt... Zahnarzt... Zahnarzt Termin... Das heißt... Ja... Morgen später aus dem... Und dann wahrscheinlich auch kürzer... Und... Donnerstag dann... Ich werde mir das... Sobald das Spiel verfügbar ist... Sobald in den Händen... Dass 2... verfügbar ist... Welchen wir das holen... Welchen wir das kaufen... Steam Good haben das schon aufgeladen... Warte mal drauf... Dass es online kommt... Nun... Werden wir mir das kaufen... Nun... Werden wir das spielen... Verdammt... Springen kann ich ja auch mal der Hand... Das ist hier... Am Freitag mache ich dann einen Tag frei... Das ist dann... Ganz tief der Tag... Okay... Wie wäre es mit hoch springen... Ähm... Hier... Sehr schön... Am Samstag würde nochmal Badman gespielt... Und... Am Sonntags dann wieder den Nightmas 2... Mal schauen... Ich habe jetzt erstmal... 4 Stunden jeweils eingetragen... Für... Einen Streamplan... Für den Nightmas... Und für den Batman... Da muss man halt gucken... Ähm... Wenn es dann spät wird... Dann... Ich bin auch... Unkonzentriert... Und... Ja... Wenn wir morgen später anfangen... Dann... Da ging 22 Uhr... So in den Dreh... Und will ich dann immer auch... Spätestens mal aufhören... So in den Steam Game Festival... Vielleicht schon so um 21 Uhr... Oder 21 Uhr 30... Mal schauen... Okay... Sollten wir mal hier wieder... Eine Pflanze machen... Da drüben... Hin dort... Verdammt... Verdammt... Die neue Zuschauer hier... Das ist... Ähm... Ich werde bestimmt nicht der Einzige... Und nicht die Erste sein... Der jetzt spielt... Oh ja... Müssen wir hier ein bisschen warten... Dass uns zum Verhängnis werden könnte... Und... Preator wurde invisibel... Verdammt... Okay... Wir werden hier sterben... Wir werden... Sterben... Da drüben ist eine Pflanze... Hin 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 hin... Uff! Ich muss jetzt mal gechillt angehen. So, jetzt dort rüber. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Oha! Die ganzen Grobink hat schon bis Kapitel 2 gestreamt. Also nein. Wessen dieser Grobink? Wir müssen mir mal anschauen, diesen Grobink. Das muss ja ein fantastischer Streamer sein, wenn der schon gestreamt hat. Den wir schon vor wenigstens haben kann. Diese Grobink... Das ist ja schon... Äh... Okay. Wir brauchen hier noch eine... Pflanzstelle. Hüffel. Pflanzstelle. Nach der Umbruch der Mauer verdammt. Ich glaube wir hatten noch einen Checkpoint. Ich werde hier nämlich gleich drauf gehen. Pflanzstelle. 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 Knappe Sache. Pflanzstelle. 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 Zervor. Während der invisible werden. Oh, wie lange lebe? Wie lange lebe denn dieses Lampel rund hier noch? B lange. Pflanzstelle. Pflanzstelle. Noch wach. Entschuldigung. Meine Finger sind so fett. Die drücken immer N zusammen mit B. Friss weniger, Maudi, auch so viel zu fressen, ach du Scheiße, dann waren wir hier die Nächsten, da ist die nächste Grenze, es wird wieder knapp. Oha, da kann es ja manchmal wirklich auch Zeit kommen, wenn wir da auch noch mal runterfallen, haben wir hier genug Zeit um in die nächste Grenze ranzukommen. Wir haben noch 3 Pflanzen, es muss irgendwie, es muss jetzt irgendwie gehen, es muss ausreichen, bis zum Ende des Labyrinths, also, es muss ja bald zu Ende sein. Oh, ich bin zu Ende. Vielleicht nicht genug. Ach ja, das war jetzt so, wie wir da haben, wir sollten auch sammeln. Oh, das Haus der Planks haben wir gefunden. Sehr schön. Lass mich von wenig in meinen Kalorien begrenzen. Schiebt sich ein Riebeln, unter einen Mund. Oha, boi. Die Veranstaltung ist wirklich klar zu mild. Escesse die Welt, die Maudlos-Lang. Er muss sein Freund der Klöns, der Klöns ganz normalerweise gefragt. Der Klön ist völlig fest, soll er ehrlich gesagt. Die schlimmste Sache bei einem großen Freund, ist wissen, welche du kannst Du sein echtes. Ich habe den Mouthless Flank. Ich frage mich, was er nachher ist. Ein Flank sagte. Kuriosität hat den Katzen. sagte der andere. Aber Katzen haben sie sieben Leben, du weißt. Ich habe den ersten. Vielleicht ist es Liebe, das er sucht. sagte einer der Flank. Eterne Liebe dauert nur so lange. Ich habe den anderen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn nicht. 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 Du weisst nicht. Du weiss nicht. Du weiss nicht. C wird zu avoided sein. Liebe, Frau, government Fede. Er leapfeltlose. Er gefragt. Das war so. lüfters geheimnis des herzens aus stein wir haben noch drei bäumchen sollten wir wir sollten sie langsam mal zu Ende gehen es geht die Energie aus die Nadel ist aus ok verdammt das ist ein Simon Says Team verstehe wir sollten uns hier mal ganz, 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 ganz andere war dort wir müssen uns mal merken das ist falsch sehr schön schnauze ich auch ach du schreck davon geht es noch mehr hoffentlich nicht mehr ich kann es nicht mehr ich finde Schlüsselsegment 1 von 7 davon gibt es noch mehr für eine Demo das war erst der Anfang und Demo geht noch weiter wahrscheinlich aber sie wird weg da brauchen wir noch neue Pflanzen und Samen wir müssen noch einen ach, jetzt sind wir auch hier wieder zurück sehr schön hier wieder beim Dorfzug einmal mit dem Kreis genau geht es in einem Stein um da neue Pflanzen zu bekommen klar, das ist eine 6 Stunden Demo ernsthaft jetzt sogar im Ernst eine 6 Stunden Demo machen wir jetzt hier nicht mehr durch das ist ein komplettes Spiel na toll wie sagen wir eine Hager das ist mit der Bedeutung von Klapper Patron ja finde ich deshalb nenne ich es auch bei Namen ich merke daran dass ich es von Namen nenne ich muss auch hier zwei Teile sammeln das ist mit dem ich denke dass wir das ist mit dem das ist mit dem das ist mit dem und sah den Klauen, auf dem neben dem Memory Stone. Ich bin froh, zu sehen, dass du Baitlohn, sagte er. Ich wusste, dass du zurückkriegst. Aber ich habe nie gedacht, dass du dich aufbauen kannst, das Geheim des Großes Herz. Ich habe es viele Mal versucht, aber kein Problem. Vielleicht ist das Hauptfragment, das der Baitlohn hat, ist, um zu der Welle Wahrheit zu sehen. Du solltest du den Gatekeeper und zeigen es ihm. Der Gatekeeper weiß, wie alle die Org-Storien öffnen. Du kennst ihn einfach. Er ist grün, immer dalliert rund umgekehrt und ist eine sehr panikliche und schreckliche Person. Wenn du ihn sehen möchtest, nehmt ihn nicht schrecklich. Okay. Jetzt sind Sie bereit, wo Sie sie wollen. Sie werden sie weit weggekehrt und werden Sie weit weggekehrt, ohne sich zu sehen. Sie schrecklich den Clown, während er zurück nach dem Kursus zurückgekehrt. Ich habe ihn nicht geholfen. Sie hörte den Clown und in der Suche der Gatekeeper. Sie hörte den Clown und in der Suche der Gatekeeper. Sie hörte den Clown und in der Suche der Gatekeeper. Warum sind wir hier im Dorf? Hier im Dorf wären wir nicht unsichtbar. Doch, wären wir schon. Aber wir haben hier ständig die Blumen, weil hier im Dorf die Blumen drin sind. Wir haben mal unterbewusst die ganze Zeit eingerimmelt. Deswegen... Wir wussten, wir könnten hier weiter. Ist noch eine Änderungssteine. Kriege ich spechert. Okay, wir müssen reden. Tor-Menschen suchen. Wir müssen die Blumen jetzt überall pflanzen. Du musst hier also... Einteilen. Ja, aber hier sind ja überall Blumen. So kein Ding. Wir müssen die Tor-Menschen finden. In unserem Teil-Schlusses zeigen. Was nicht pourra, das war shroud überhaupt nicht. findes nicht unser Tor-Bestial. benutze ihn auch drauf, die Tor-Besch soon. Ich bin mir gar nicht so sicher. Das ist kein Torrichter. Das ist grün aber... Ok, wahrscheinlich sind sie nicht hier drin. Ich bin gespeichert. Ok, ich suche mal hier nach. Ich gehe mal in die Richtung hier. Es sieht doch schon nach einem Tor aus. Ach, das ist so ein grosses Gründer. Als er nahe zu einer der Toren, die die verschiedenen Bereichen des Orbs sehlt, Prieto sah ein anderes Mensch, eines grünes Farben, der übernommen war. Es war der Gartenhörer. Ja, der schizophobe, nackte Torrichter hat. Das ist bestimmt im beliebten Zyklus... Im beliebten Zyklus nicht. Prieto rief schnell nach dem Gartenhörer. Ja, super. Aber Heap, der ziemlich gefährlich ist, rief schnell, nachdem jemand so nahe zu ihm zu sehen. Ich muss uns irgendwie von hinten an den Anschleichen anschleichen. Ich darf uns nicht sehen. Verdammt. Wie kommen wir denn an den ran? Das Mieten können wir noch nicht so wirklich, oder? Langsam. Ich kann nicht langsam. Ich glaub immer so, dass es normale Geschwindigkeit ist. Natürlich soll ich ja schon gerne gefrenzt. Es geht langsam. Um zu beschritten. W und alt. Ah, ok. Schön, dass der Schließmüll inkehrt. W und alt. Na komm. Auf eine Igreis! Wie ein Angst! Ich ave mich ein von der Verwärer von souls, sagte der Schließmacker. Prieto tremblte zu der Geisheit von der Verwärer von souls, und fragte ihn was, was der Schließmлушter der Geisheit von der Geisheit meinte. Die Schließmalter, der die Grimassen auf der Eskern sahne, sagte er, Hast du nie gesehen einen Verbrecher von Säulen? Es gibt viele hinter dieser Tür, aber nur ich weiß, wie ich es öffnen kann. Prieto war nicht so begeistert, um den Verbrecher von Säulen zu treffen, aber wusste, dass er, wenn er die Orbe und das Welle der Wahrheit wollte, die Tür zu öffnen. Auch wenn der Gatekeeper nicht bereit war. Öffnen die Tür zur Füllende Zone. Riecht das schon mit unserem Schlüsselteil? Riecht das schon aus? Igoha. Mhm. Mhm. Riecht, ich brauche mal wieder Energie. Ich sterbe hier dran, während es desto anfängt. Ja. Oh ja. Danke für die Demo-Version von ONLY-UI. In der frühen Version werden wir das machen. Machen wir das hier, was im Trailer gezogen ist. Ne, sehr schön. Batman Publishing. Oh. Das Maul eines Dachens. Ja. Oh. Angenehm. Fand ich gar nicht so übel. Joa. Da war ja mal was tolles. Ist mal wieder ein Ding für YouTube. Joa. Ich denke, das werde ich mal wieder auf YouTube programmieren. Ich will sehen aus an YouTube. Hallo YouTube. Ähm. Und tschüss YouTube. Ähm. Ich glaube, dass es schnell erwischt ist. Ne, ja. So. So. Startbildschirm zurück. Alright. Jetzt können wir uns noch die Credits angucken. Hier die Credits. Das sind die, die es gemacht haben. Die haben das hier veranstaltet, entwickelt und gemacht. Spanier müssten es sein. Aha. Okay. Ich glaube, das hatten wir schon. Die wiederholen sich die Credits. So lange sind die Trends von Indie-Games nicht. So. Na dann. Ähm. An YouTube. Da habe ich nach oben so sich gefallen haben. Lassen ein Abo da an der Seite. Und schaut mal auf Twitch vorbei. Da streame ich jetzt wirklich. Nächste Woche wahrscheinlich auch. Ja. Täglich. Diese Woche. Nächste Woche. Wenn ihr das hier hört. Seht das Video. Ähm. Da gibt es solche Sachen zu sehen. Und andere Sachen. Ähm. Ja. Schaut auf Twitch vorbei. Lasst ein Follow da. Und hier darf ich auch Omo-Glock aktivieren. Auf YouTube. Ja. Ähm. Kommentieren. Und so weiter. Und hab noch einen angenehmen Tag. Haut rein auf. Und bis dann. Und ciao. Auf Twitch geht es natürlich jetzt direkt weiter. Und auf Twitch geht es natürlich jetzt direkt weiter. Und abontera. Seitapor. désert. Ich idle. Bis dann. Tupof. beyond. Untertitelung des ZDF, 2020